Sie haben etwas entdeckt. Das ist es. Die Rebellen sind dort. Das ist das richtige System. Ich bin überzeugt, Skywalk ist dort. Nehmen Sie kurz auf das Hohensystem. General Wiers, bereiten Sie Ihre Männer vor. Ja, Admiral. Admiral, Asteroiden interessieren mich nicht, Admiral. Ich will dieses Schiff haben und keine weiteren Ausflüchte. Nein, Captain, Sie sind noch am Leben. Ich bestehe darauf, dass jedes zur Verfügung stehende Schiff, das Asteroidenfeld durchsucht, bis sie gefunden worden sind. Ich nehme Ihre Entschuldigung zur Kenntnis, Captain Neda. Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu töten. Luke, du hast noch nicht begriffen, wie wichtig du bist. Du hast gerade erst begonnen, deine Kräfte zu entdecken. Verbinde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Mit vereinten Kräften können wir diesen tödlichen Konflikt beenden und der Galaxis Frieden und Ordnung wiederbringen. Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht verleiht. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Nein, ich bin dein Vater.